Und Sie, liebe Zuschauer, sollten schon einmal vormerken, das nächste Spiel der Schweriner SC in der Champions League. Am 20.12. ist es genau gegen den spanischen Meister Marischal Teneriffa, dann ab 23.50 Uhr hier bei uns auf N3. Unsere nächste Sportsendung schon am Sonnabend um 17.00 Uhr, Sport 3 Fußball, wie gewohnt mit den aktuellen Spielen aus der Regionalliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut und schlafen Sie gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020